Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und freue mich schon auf ein weiteres Jahr gemeinsam mit euch. Und ich dachte mir, ich starte mal dieses Jahr mit einem gesunden Rezept. Und zwar wollte ich unbedingt einen Chia-Pudding ausprobieren, da ich das schon immer mal ausprobieren wollte, mich da aber noch gar nicht so ran getraut habe. Irgendwie fand ich diese Konsistenz immer ganz schön merkwürdig. Aber ich dachte mir, das ist doch bestimmt ganz schön lecker und wollte dann eine Variante mit Kokos- und Minzgeschmack machen. Das fand ich ziemlich interessant und deshalb zeige ich euch jetzt, was ihr alles dafür braucht, wie das gemacht wird. Und am Ende probieren wir das Ganze auch, ob es denn wirklich schmeckt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Ihr braucht folgende Zutaten, etwas Kokosmilch, Chiasamen, ein paar Spritzer Orangensaft, fein gehackte Minzblätter und etwas Honig oder nach Wahl ein anderes Süßungsmittel. Das ganze Rezept schreibe ich euch aber zum Nachlesen nochmal auf meinen Blog. Den Link dazu findet ihr unter dem Video in der Infobox. Wir fangen damit an, die Kokosnussmilch in eine Schüssel zu füllen und dann süßen wir das gleich mit dem Honig. Ich habe zwei Esslöffel verwendet, wobei ihr für die vegane Variante eine pflanzliche Alternative, wie zum Beispiel Agavenwicksaft, verwenden könnt. Und dann kommt auch gleich die Minze hinzu. Das wird dann kurz verrührt, bis der Honig sich darin auflöst. Und anschließend kommt noch ein Spritzer Orangensaft hinzu. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine frische Säure und dann können zuletzt noch die Chiasamen dazu. Das wird wieder einmal kurz verrührt und dann lasst ihr das für 5 Minuten lang durchziehen. Danach könnt ihr das nochmals verrühren, da sich die Chiasamen am Boden abgesetzt haben und wir das dadurch ein bisschen auflockern. Und dann geht es damit für mindestens 4 Stunden oder auch über Nacht in den Kühlschrank. Ich hatte das zum Beispiel über Nacht im Kühlschrank stehen und habe es dann am nächsten Morgen nochmal verrührt und in zwei Gläser gefüllt. Wer möchte, kann sich das Ganze dann auch noch mit Minzblättern oder Orangenscheiben dekorieren und dann auch gleich servieren. So ihr Lieben, das war jetzt das super schnell gemachte Chia-Rezept. Es ist wirklich super einfach, sich so einen Chia-Pudding zuzubereiten. Aber jetzt möchten wir natürlich auch ausprobieren, ob das Ganze schmeckt. Und ich habe jetzt hier ein Gläschen schon. Und ja, ich finde die Konsistenz immer noch total merkwürdig. Das ist so leicht glibberig, aber nicht so glibberig. Ich probiere einfach mal. Das schmeckt total merkwürdig. Also an diese Konsistenz muss man sich echt irgendwie gewöhnen. Das ist was ganz Neues. Sowas kenne ich irgendwie nicht von der Konsistenz. Aber die Geschmacksrichtungen sind lecker. Also diese Minznote, die kommt wirklich ganz fein daraus. Und man hat auch ein bisschen was Fruchtiges von dieser Orange. Und mit dem Kokosnussaroma super lecker. Also es schmeckt definitiv nicht schlecht. Ich würde noch nicht sagen, dass es mega lecker ist. Obwohl ich es schon irgendwie lecker finde. Aber das ist wirklich so eine Gewöhnungssache. Ich habe sowas noch nie gegessen. Ich schätze mal, wenn Leute schon öfter sowas gegessen haben, dann würden die sagen, was, das ist super lecker. Irgendwie mag ich das total. Probiert es einfach aus. Es ist auf jeden Fall mega gesund. Chiasamen sind sehr gesund. Und das Rezept ist übrigens auch vegan. Abgesehen davon, dass ich hier Tonig verwendet habe. Aber wie gesagt, das habe ich euch ja schon beim Rezept erklärt, dass ihr euch da auch jeden anderen Süßstoff nehmen könnt. Sei es Ahornsirup, Agamendicksaft oder irgendwas anderes. Wenn euch das Rezept gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben von euch freuen. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen möchtet, abonniert diesen Kanal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal mit einem neuen leckeren Rezept wieder. Bis dann. Tschüss.